Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA. Wir sind wieder hier offline unterwegs. Mache eigentlich das gleiche wie in der letzten Folge auch schon, weil ich ja nicht anders machen kann. Ich kann als Singleplayer-Missionen machen. Ich kann ja nicht online spielen, deswegen machen wir das so jetzt. Und ich würde sagen, ähm, ich mache das Radio aus, weil ich habe nämlich die letzten, das Radio mal aus, äh, muss gucken, dass ich das gerade ausmache. Ich glaube, die meisten Songs sind sowieso hier, dass man die benutzen darf, aber ist mir egal. Ähm, ich bin hier im Adventskalender, heute ist der fünfte, glaube ich. Heute ist Montag, also, ja, gestern kam ja Watch Dogs. Theoretisch, wenn ihr das gesehen habt, ist ja heute noch ein Spiel, wo man so Open World spielt. Da ist das nochmal gleich heute. Ist ja dann gleich heute. Also, ja, ist egal. Und zwar haben wir natürlich jetzt hier ein tolles Auto, was aber nicht so toll ist, aber im Prinzip ist es komplett egal. Aber wir machen das mal nicht, weil wir hier natürlich netze unterwegs sind, äh, weil wir hier natürlich netze unterwegs sind, netze unterwegs sind. Halbwegs netze unterwegs sind. Oh, 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 ups. Ja, genau. Will man einfach heute irgendeine Scheiße wieder? Kann man sich denken, würde ich sagen, ne? Die Straße rüber. Äh, wir müssen eigentlich, wir sind jetzt hier irgendwie nicht so, wo wir hinwollen. Ich weiß gar nicht, wo wir hinwollen. Okay. Ich will mal kurz hier in das Haus reinfahren. Mal durch, pass mal nicht durch, bitte. Auto ist zu fett dazu, ne? Nein, ist auch egal. Wir fahren mal kurz wieder rückwärts raus. Äh, nochmal, so rückwärts rausfahren. Äh, äh, we will jump over here. Krass. Richtig krass, mal wieder. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Wir fahren mal kurz hier lang, hier, ups. Der wohnt doch hier, der Michael-Typ, oder? Ist egal, wir fahren trotzdem lang. Und zwar fahren wir mit dem Auto diesmal sogar, oh. Ja, genau. Das, das meine ich natürlich damit. Einmal ganz kurz hier lang jetzt. Die Straßen. Wir müssen euch mal ein bisschen irgendwo hin gehen, wo was ein bisschen hier... Ein bisschen was Zeugs los ist, ne? Weißt du, was ich mache. Ja, das mache ich euch jetzt nicht, aber es ist gut, wir fahren zurück. Wir beschweren uns mal kurz, wir können euch irgendwie auf den komischen... Äh, ja. Genau. Das, äh, das war jetzt nichts. Aber wir schaffen das, come on. Ja. We can do this. Come on, we can do this. Come on, we can do this. Come on, we can do this. Oh, die sind, die ist so ne komische... Egal, das geht schon. Hiiii. Tag, kein Ampul hier, was ist das denn? Die Flur haben wir überhaupt keine Ahnung. 7.30 Uhr. Wir sind denn hier auch keine Handwerke auf dem liegen? Das ist ja komisch. Naja, oh oh, ups, oh oh oh. Das ist das, das war ja aus Brasilienz. Wir setzen sie zurück natürlich hier. Wollen wir nicht hier... Oh, 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 ups, ups. Wir fahren nämlich kurz mal hier lang. Wir müssen kurz... ... Erleben wir noch? Ein Problem noch. Gut, das ist das ja toll. Dann gehen wir vielleicht mal aus dem Pool raus hier. Ähm... Hier ist die Treppe. Ähm... Okay, wir können mal gucken, was... Vielleicht können wir mal bescheiden, dass hier ein Auto rum... Und dann... Hier ist kein Eingang. Naja... Ist doch auch gut. Dann machen wir mal ein neues Auto hier. Das kann man ja schon mal machen. Ein Komet, heißt der. Ähm... Der ist ein kleines bisschen besser, glaube ich, als die Autos, als das, was wir eben hatten. Aber... Der ist auch ein bisschen schwammig an der Stelle. Also der hat nicht so ein RIP hier. Der schwimmt ein kleines bisschen. Also... Ähm... Lüftet halt etwas mehr. Sag ich mal... Ähm... Ja... Die will doch hier dann einfach rausgehen. Ähm... Na... Vielleicht sollten wir ja... Das, äh... Ins Auto zum Pool. Scheiße. Gibt mir nochmal einen neuen Komet hier. Das ist ja... Da haben die komische Toastie davon, der... Eines kommt, die da... Die will mich fahrtöten. Ich bin nicht hier. Ähm... Dann mach ein Roto von mir. Nicht hier, du komische Frau. Okay, geht wieder. Gut. Wie gesagt, ich bin nicht hier. Man hat mich nicht gesehen. Ich hab doch eine Tarnung, weißt du. Dann gehe ich jetzt erst mal... Mh... Kann man hier noch ein bisschen um den Pool rumfahren hier. Wie gesagt, das Auto hat ein bisschen so eine... Ist nicht sein Ernst, ne? Was machst du, Michael? Wir sehen, da ist eins. Dahin noch eins und da ist noch eins. Theoretisch jedenfalls. Ähm... Ja, so ein Schritt. Wir klären mal kurz mit den Träumen. Alles klar. Was machen wir? Äh... Ah, krass. Okay. Ähm... Wir springen mal kurz hier lang. Das ist ja nicht zu tief, ne? Kann man hier auch so cheaten, wenn wir jetzt hier sind? Okay. Ist hier draußen auch gut. Der ist jetzt sogar wieder Schwarz. Das ist ja sehr toll. Wir gucken mal, ob wir durchfahren können oder ob wir dann sterben. Gut. Dann, ähm... Haben wir ein paar Autos in den Pool geparkt. Das ist auch gut. Den müssen wir kurz wieder rausfahren vielleicht lieber. Äh... Gucken wir mal, ob wir nicht alle Autos sind, ne? Ich würde sagen, das ist doch klein genug. Das können wir mal locker rausfahren mit dem Auto. Das ist ja locker, easy zu manövrieren. Ich... Okay. Läuft wieder hier. Wir können mal kurz gucken, ob wir hier... Äh... Zurückwärts, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Drückwärts, rückwärts. Das ist doch nur nochmal Lewis hin. Läuft wieder raus. Guck' aber ne... Das ist doch dann. Wir machen das Não-Neinluken mit dem Auto. Entschuldigung, eine Mile programmes. was zum ich habe das auto getötet man sind denn die komplett dumm gut klar kann machen machen jetzt um von der zeit wie das ist eine polizei hinterher fahren klick schnell die polizei weg schnell 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 aber cool auf der polizei gefühlt ich sehe es ist ein bisschen ich sehe es mache ich hier da war ich oder beim kurs auto ist klar machen dann mein komisches auto hier kann man was wieder hier rein nach unten weg vorne treppen wir sind ja locker easy mit dem auto das ganze code auto das ist ein anderes code auto ich glaube hier ist die ausfahrt das ist sehr toll das radio auszumachen was ja we will jump over okay dann nicht so hat er jetzt eine komische ist ja dumm nein wir werden sehen so direkt da oben doch oder so gut anbrennen muss kann man nicht in häuser einrichten ich glaube nicht nur für mission ja aber na ja ich gucke uns nicht weiter habe ich doch eine tolle idee was wir noch machen müssen einfach nur zurücklaufen eben da drauf im balkon war krass ist weg alles klar einbrechen das haus und die töten aber nein ist natürlich weg immer wieder diese leute laufen da haben wir doch ein auto hier ist ja mal perfekt dieses auto um hier auf diesen kleinen straßen lang zu fahren ja ich würde auf jeden fall mal so sagen da ist ein busch und zwei ein busch okay hier fahren wir mal leute auf dem balkon oder ich habe einen überfahren naja ist ja nicht so schlimm immer für's bürsten ne das ist doof bleiben so das ist genau ups 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 ist ja nicht weglaufen so dumme kinder also jetzt laufen naja vielleicht schon etwas anderes gehen doch ein anderes fahrzeug mal kurz hier man kann ja dann theoretisch auch hier drauf klettern oder kann er drauf klettern ist da so dumm dazu oder kann er das ah der kann das auch hier das fett ähm da kann er doch drauf klettern das ist krass toll gibt's aber nicht because wir wollen da drauf klettern ja gar nicht ups alles klar ich werde ich gesucht was habe ich getan ich habe gar nichts getan ich muss das motor dings zeig es hier und fahren wir vielleicht über weg hier ich kann mir vielleicht besser viel trägt kann damit auch besser die treppen hochfahren das ist ja amazing glaube ich jedenfalls fahren wir mal hoch sie lang ich schaue es mit dem teilen über leute um zu fahren was los mein warum fällst du da runter bist du komplett dumm also ich bin doch nur gegen die treppe gefahren oder nur da hoch gefahren ist egal schaffen wir auch so und das unterfahren jetzt ihm lang zu fahren oder ich will auch kreise hier 12 seconds later das ist ein radio oder kann das sein doch hat ein radio scheiß radio aus kinokamera kann besser fahren dass wir nicht irgendwo gegen war natürlich versteht so rausgewählt habe fahr mich halt an du bist ein auto und schießt der motor natürlich wird über das geboden alles klar natürlich weil das im tor hat so um den boden stecken ist auf jeden fall normal so was zieht mir auch auf wenn ich dort fahre was ich nicht gemacht habe aber was ich mir trotzdem oft die bank kaputt es ist nicht mehr normal wir können ja mal ganz kurz hier bremsen und dann ich glaube dieses komische motor ist fast kaputt und wie das war ein bisschen das ist ja komplett unrealistisch hier mein helm auch oder sonne also Das ist dein Ernst? Dumm Stuckkot. Nehmen wir so ein bisschen Auto hier vielleicht, das können wir mal machen, ne? Ähm... Ja, kann man machen, wusste ich doch! Äh, wieso gehen auch diese komischen Türchen, die sind so schnell auch so einfach? War vielleicht grad nicht so schnell aus. Zunächst war halt voll dumm, das Auto ist schon so gescheiße. Was suchen wir denn überhaupt? Wir suchen eine... ...Polizeistation, wir müssen uns auf Haft gelassen haben, damit das funktioniert. Wollte ich mal sagen, ne? Nichts leichter als getan. Frog Bane! Gut, wir haben einen Stern... ...bekommen. Jetzt erufen wir viele Leute... ...die uns gehört haben. Äh, hier sind die Leute da hinten. Ähm... Ich glaub nicht. Ach, da hinten? Da ist ein Hund! Wieso töte sie mich? Ich wollte ihn verhaften lassen, nur dummes Stück Kot! Nun, würde ich sagen, mit dem vollen Tod. Verabschiede mich dann jetzt noch mal hier im Krankenhaus. Ähm... Ja... Vielleicht haben wir noch... Vielleicht haben wir noch eine 6.200 zweite Folge davon. Und dann würde ich sagen, war es das dann von dieser Folge. Wenn's gar nicht geht, morgen weiter mit irgendwas Tollem. Und ja, tschüss! Outro Outro